Herzlich willkommen zu diesem kleinen Einführungsvideo zu meinem Seminar Advanced Multi-Track Editing. Multi-Track Editing meint einerseits die schnitttechnische Optimierung von Groove-Aspekten und im zweiten Schritt die klangliche Ausformung einer Mehrspuraufnahme durch gezieltes Soundlayering. In diesem Beispiel wurden sogenannte Multi-Track Samples, die sind rot markiert, in zusätzlichen Spuren hinzugefügt. Diese entsprechen einer Overdub-Aufnahme mit allen ursprünglichen Mikrofonen des Drum-Sets, gebounced auf Stereo. Und werden diese Samples abgeschaltet, verlieren wir massiv Punch. Mit Samples Da die hinzugefügten Samples kein Übersprechen beinhalten, können sie im Mix aggressivst nachbearbeitet werden. Und da sie vom gleichen Schlagzeug abgesampelt wurden, ist perfektes Face Alignment möglich, was mit Fremdsamples und Replacers so nicht machbar wäre. Das und noch jede Menge mehr.